Okay, mach kein Hexen, mach kein Hexenwerk draus, nur ganz kurz. Gut. Du bist alleine, oder? Ah, ihr wisst, die, die dabei waren, letztes Mal unsere Patrouille, wir haben den Mord-Osten und den Osten geklirrt. Ja, wir hatten einen Feind in großer Scherke, teilweise hatten wir HMGs beschuldigt, wir haben auch russisches Equipment am Song-Ku-Tempel gefunden für die anderen, also achte drauf, teilweise auch schweres Maschinengewehr im Raum. Wir haben danach T-Truong geklirrt und wie ihr noch wisst, wir haben eine versprengte Patrouille von Marines gehabt, die haben wir teilweise tot gefunden, kurz bevor wir hier Muah-Sam genommen haben, auch da starker Feindbeschuss, jetzt scheint es ja relativ clear, bis auf hier einzelne Typen, die mich in meiner Rede stören. Gut. Wie gesagt, teile versprengte Trupps von Marines, tot aufgefunden, sind aber noch nicht alle gewesen. Das heißt, Haku hat uns informiert, irgendwo befinden sich immer noch versprengte Marine-Kräfte, wurden von Charlie gefangen genommen, vermutlich im Norden, weit im Norden. Wir befinden uns jetzt an Muah-Sam, unser neuer Combat Outpost, Haku hat entschlossen, unsere Patrouille stark zu verstärken, unter neuer Führung, von Captain Glorious oder sowas? Captain? Nein, egal. Lieutenant. Lieutenant Glorious. Lieutenant Glorious. Ja, ich bin da nur noch DxO. Und das war's. Glorious. Gut, dann jetzt 1-1 und 1-2 ausrüsten, 2-1 und 2-2 können schon mal die Truppen vorab informieren. Ja, 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 wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ja, pass mal. Jetzt sind alle Truppen vollständig. Boris ist down. Boris ist down. Triebant. Loser. Obt ihr nicht mehr vor- Ich hab mal gesagt. Wut? Linker. Linker. Ich hab am eigenen Beschuss nehmen. Ja, ja. Das liebste schon nicht. Ich hab ja behauptet nicht von hinten. Ich hab nicht aufbrechen moment, ich hab dann woher schießen. Ja, ich schieß es im Mond. Ich hab... Ja. Ja, stimmt, fass. Wir warten jetzt mal, wir gucken mal. Sie bist da, ist am Boden. Wir haben scheinbar direkt auf unsere 12 Maschinenstellungen gelegt, Frau Filz. Ja, ich weiß, ich hab die Brunnen, die die eigentlich mal ausgeschauten gehabt, dann warten wir mal. Kamelo, hinter dir ist Sie, bist da, auch gleich am Boden. Ja, ich arbeite gerade, ich mach erstmal unsere Führung, Filz. Ja, klar. Du mal kurz, König. Hast du dich? Hast du dich steht? Ja, ich habe, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Du bist da, ich bin. Du bist da, ich bin. Ich bin! Ich bin, wir sind. Schellst du dich? Aber die sind schürzen die sich? Ich bin dieser Schadenschmer. Ich bin, ich bin der Michelle. Du hast jetzt hier- Ich bin, dass du dich bist. Ja, ich bin. Ja, ich bin, ich bin. die flonten nach links ab und check mal was da los ist also um Richtung Nord hinter uns schlagen auch Granaten ein hallo hallo hört ihr mich hört ihr mich 1-1 1-2 2-1 Status ich sehe gerade 1-1 ist direkt vor euch am Boden könnt ihr, könnt ihr vorrücken ein bisschen aktuell nicht unser Gunner ist am Boden alles klar ich gebe Bescheid vielen Dank Glorious 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 Oh Ich habe ein Ja gehört Glorious Glorious Die Granate hat er gefressen Glorious Habt ihr ne Peilung in welche Richtung So der Trupp von Yuki ist am Boden Du musst auch komplett down Ein Mann lebt noch Bones ist gelb die müssen sich gerade verärzten Ja die weiß ich wo sie sind So 1-1 komplett wo ist Lutze Lutze bin ich gefunden Irgendwer ist hier verletzt bei uns Ja ich bin auch komplett verletzt Gut dann gucken wir jetzt dass wir zu 1-1 kommen Monty wir uns zu 1-1 Wir brauchen 2-2 ist komplett down Ja gut dann gehen wir zu 2-2 Ok 2-2 dann kam von da Ja genau die sind ungefähr da Bokan gezeigt hat Genau Achtung Aufschluss von rechts Aufschluss von rechts Aufschluss von rechts Ja wir rücken weiter vor Beschuss er wieder Hier 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 Er liegt hier irgendwo Kalevra ist da Mighty Bullet Tournikeys an den An den Kamilo Ja Kalski Der liegt hier 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 Da Achtung Einzelne Infanteristen am unteren Rand Feuer frei Feuer frei Und wie wo ist Kamilo? Äh Kamilo ist bei der anderen Gruppe Also äh irgendwo rechts von uns Bones Äh Bones weiß ich nicht Keine Ahnung Aber bei welcher Truppe ist Kamilo? Ich denke mal entweder bei Kanna oder bei Lutze Genau Ich weiß es nicht Ich weiß nur dass er als wir nach links gegangen sind Nach rechts abgehauen ist Soll ich suchen? Ich dachte Der wäre bei Bones geblieben Was ich hier mitbekommen habe Der hätte ich nicht Also ich Ich weiß es nicht genau Keine Ahnung Gloria Jetzt rennt doch nicht weg Du bist der Chef Feindstellung gesichtet Siehst du Feinde oder? Ja Auf meine 12 Ja Auf meine 12 Ich bin zu Ich mach Tournoa Key ab Bist du am linken Bein? Die haben doch einen M79 Warum knallt es da nicht? Kamilo? Ansonsten schaue du sowas klar. Petrolski lassen, Sprekels. Sprekels hat nicht zu. Der liegt schon länger. Ja, Sprekels übernehmen, der liegt schon länger. Du bist Medic, auf gehts. Ich geb dem Saline. Verbinden können einzelne. Nicht Petrolski. Sprekels. Wo ist Sprekels? Kriegst du was? Ja, ich treffe was. Die kommen immer wieder aus dem Boden rausgeschossen. Ja, wahrscheinlich legen die sich immer wieder hin, wenn du schießt. Ja, da liegen drei Leute hier. Ja, da liegen drei Leute hier, gell? Aktie Lepra hat es gerade erwischt. Aber wie ist das jetzt so unsinnig? Das stimmt. Das ist, ähm, oh kacke. Ne, ne, also klingt schneller wie es ist. Klingt alles schneller wie es ist. Ich glaub das 50er haben wir, oder? Ach, scheiße. Das war mal ein Torso. Ach, warte. Ne, äh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Jetzt hab ich falsch gezeigt. Guck mal ungefähr da. Rechts, rechts neben dem Kreis. Ich glaub da steht ein 50er. Ja, da schieß ich ja immer wieder drauf. Aber die gehen immer wieder neu dran. Ja. Hier rüber. Wenn hier, äh, kann ich auch Cabello rausziehen. Ja. Ich vorne rum um die Stellung. Ja, sie hier. So Leute, tragt die hier weg. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Ich schlaf mich nicht schnell so aus. Da geht's 50 Meter. Ich weiß jetzt gerade nicht wen ich hab, aber, okay. 50 Meter zurück. Verstanden. 50 Meter zurück. Ja, es ist niemand mehr verbinden. Wir haben derzeit Verluste, äh, sind im Angriff. Ja, so verstanden. Angriff weiter zurück. Scheiße. Der Action war da gerade vorgelaufen? Scheiße. Fuck. Der Bode ist auf. Nein, 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 der Bode ist auf. Oh nein, der Bode ist auf. Feuer halten. 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 Die Verletzte nach hinten. Der Rest weiter. Verletzte nach hinten. Der Rest geht weiter. Gott, verdammt. Aber ich bin verletzt. Rechter Arm nur. Tornicke. Ja, setz mir ein Tonicke. Wer verletzt ist, zurück. Alle anderen gehen weiter. Sind alle verletzt. Bones, machst du mir eben meinen rechten Arm fit? In den Bäumen! Die sitzen in den Bäumen! Feuer frei! Oh Gott, sie haben die UK erwischt! Granate ist raus! Ja, das kriegen wir hin! Au! Hier liegen jede Menge Tote! Geh durch den Graben! Ich hole Yuki runter! Ich habe Yuki! Soll ich ihn zurückbringen oder wollen wir ihn selbst verbinden? Wir müssen ihn wahrscheinlich bergen! Okay, dann gehe ich zurück! Ach, scheiße, ich komme hier nicht hoch! Nein, ich komme hier nicht hoch! Ich komme auch an den Leichen nicht mehr vorbei! Leg dich hin, geh hoch und versuche ihn dann wieder aufzunehmen! Okay, ich probiere es mal selber! Sekunde! Ach so, ja! Okay, ne, ja, alles gut! Entdeckt mich! Ich versuche ihn zu verarzten! Oh, ich gehe in Deckung! Alter! Wie viele von diesen Typen leben hier eigentlich! Nein, nein, nein! Leute, ich schmeiße mal eine Granate rein! Ja, mach! Nein, Juki! Hau eine Granate raus! Okay! Monty! Hier! Der Norden ist gesichert! Ja, wir haben hier noch in dem Kommando Bunker feindliche Einheiten! Oh Mann, Monty, das hat dich fast erwischt! Meine Knarre ist leer, scheiße! Die Blute! Wo ist der Sergeant? Der liegt hier tot im Graben! Ja, verstanden, ich komme rüber! Zieh ihn raus! Hier, ne, ähm, äh, ich, äh, ich decke, holt ihn raus! Ich decke den Bereich! Fuck, ich kann ihn rüberklettern, was soll ich? Oh Mann! Los, hier ist Infanterie! Zieht ihn raus! Ich kann mich nicht rückwärts bewegen, aus irgendeinem Grund, wenn ich ihn ziehen will! Ja, da musst du einmal irgendwie vor und einmal zurück und einmal shift vor... Jungs, wie seid ihr los? Jungs, wie seid ihr los? Oh... Bereich gesichert! Hier sind keine Feinde mehr! Alles gut! Alles gut! Bereich... Wie weit sind wir von der Base noch weg? Ich hab ne Exekesan eigentlich... Ich glaub, nächste Kreuzung dann... Rechts ist glaub ich die Base und links ist glaub ich der Petroleum-Licht... Kann man da abende Base vielleicht durchtragen... Äh, und... Glorious, du hast kein Magazin in der Waffe! Brauch ich auch nicht! Ja, ich hab auf die Karte geguckt, entschuldigung! Achso, ja, dann wird nix passiert! Ok... Ich hab auch die Karte mehr raus... Soll? Ja! Und dann beim... Erzie ist dann, äh... Aufzu-Klein... Das ist ein... Erzie ist auch wieder am Waffen... Die Daten ist aufgenommen... Dann, wenn ich den Daten im Weg fortsetzt... Und dann, wenn ich mal kurz, äh... Gucken... Du hast da auch... Tauschen... Ok... Alles klar... 3, 2, 1... 2, 2, 2, 1 übernehmen... Genau, die Kommission da vorne... Ok... Side-Wise der Nummer... Gibt's das für nen Grund? Um... äh... Rücktauschen? Ja... Ich mein, wir haben... Bitte? Ja, wir sind die... Ähm... Ich zieh dich hier... Gott, der Sch... Ich glaub... Auch noch jemand entdeckt, oder so... Da war... Ab denn... Ja... Nee, ich bin grad... Entschuldigung... 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 Kann noch... Warte... Entschuldigung... 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 Alter... Was geht hier ab? Entschuldigung... Entschuldigung... Ich komme rein! Wo ist die Kaffee? Ich krieg den in der Eimer, Monty. Alles gut. Alles fit bei dir, Monty? Alles gut. Da wo jemand vielleicht? Das war nur deswegen, weil ich den in jeder Doktext gebracht habe. Ich muss sagen, das ist äußerst... Also ich meine, die Ausrüstung nehmen, die Waffen und so, das geht ja. Aber Uniformteile, das ist schon bis... Alle Halt! Ich hab die mir jetzt nicht geschenkt. Das ist leicht. Okay. Ich bin das Einzige, einfach mitten auf die Straße, aber ich bin jetzt hier. Monty überlebt das, glaub mir. Ich bin ein geiler Typ. Wir sind hinter euch, Deckung steht. Was, Jungs? Wo habt ihr Kontakt? Kontakt. Kontakt oben auf dem Hügel. Zeigt auch 500 Meter von hier. 350 Grad. Positiv. Alles klar. Also, eine Weitergabe an euch. Vorderung Gruppe, 350, um auf dem Hügel, Feindkontakt gehabt. Das ist erkannt, wir sind links von dir, Monty. Ein Baumschweig war noch mal... Hast du einen Schuss gehört, Monty? Jetzt. Die sind wahrscheinlich patrouilliert, noch nicht scharf. Keine Frage, können wir uns an die Position Gruppe 1 links in die Kuhle mit reinbewegen, komm. Habe ich grad Kommisar? Ja. Ohne Funk? Wir bauen ab. Wir bauen ab. Glorious? Ja. Vermutete Feindkontakte oben auf der Hügelspritze praktisch, da wo die Straße hochgeht. Äh, man weiß noch nicht genau, ob es Zivilisten oder Feinde sind, aber man geht erstmal sicher vor. Yuki Lutze? Ja? Nächsten Graben vorspringen, da wo die liegen. Ja, verstanden. Was sagst du? Ich hab nur die Hälfte verstanden. Nächsten Graben vorspringen. Zum nächsten Graben vor, da wo die andere Truppe liegt. So eine Film, wir sind vor dem Boden, wir haben einen Regeln. Wir gehen, wir nehmen wir gehen. 1, 2, oder 2, oder 3, oder 2 machen, dann geht es nach der Auge und dann kommt gleich in den Taschen. Wir gehen. und Monty, ja, Kamera drauf, nochmal was, hast du das auf der Kamera drauf, ja, ja, ich mach die ganze Zeit Fotos, aber warte mal kurz, da könnte ich tatsächlich mal aus einer anderen Perspektive kurz machen, das sieht nämlich ziemlich geil aus, was ich hier mache, andere Perspektive, warum haben wir das Gefühl, dass das die Perspektive der Vietcong ist, natürlich ist die Perspektive der Vietcong, nee, alles klar, alles gut, hab ein Foto gemacht, ja, ich hab jetzt oben Lutze, Yuki, nächster Graben, los, 1-1, nächster Graben, 1-2, Marsch, Marsch, und Monty? Na gut, Monty springt mit, 1-2-1, 1-2-1, da oben sind definitiv Bewegungen, ja, da vorne ist aus wie nach dem Zivilisten, Feuerstatus, gelb? Gelb, ja, check, Monty ist bei dir, Feuerstatus gelb bedeutet, wir schießen alles, was gelb ist, fehlend ist, nein, Feuerstatus gelb heißt, erst schießen, wenn der Feind geschossen hat, okay, erst schießen, dann verragen, alles klar, genau, fand ich das, ja, der nächste Glaube, nur 5 Meter weit ist, bleiben wir zuerst mal hier, scheitzgeil, haben wir nicht irgendwie Zugriff auf Artillerie, Mörser oder Napalm? Nein, nein, wäre aber jetzt was, diesen Hügel zuerst mal mit Napalm eindecken und dann, ja, aber rechts, Yuki, merke ich, die Situation, wo die gerade liegen, die vier da, da gehen wir nachher hin, sobald die weg rennen. Ja, 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 ich lauf los, ähm, Sekunde, also die müssten jetzt, denke ich, ich wohne irgendwie da drüben, so Richtung Süd sein, oder? Eine Hand der Weg entlang war vorhin im Team. Ja, alles klar. Relativ offene Fläche vor uns, von uns. Ja, ich denke, wir sind gut. Der Schuss! Ja, ich bin bei dir. Ach, ach, ach! Ja, da. Ja, boi. Ja, ich bin in deinem�. Ich geh in Deckung. Pain? Bei dir Schlangen, das hupfen ein. Two, one, Position halten. Hey? Ja. 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 Opa! Lade! Leine! 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Es wird Granaten auch unter Vorbehalt. In die Richtung weg. Oh, da scheint wir festkommen zu sein. Ja, weiterhin in die Richtung. Lauf mal zum Blauen rauf und guck, ob es da Verletzte gibt. Wenn du da welche Teams kümmerst, würde ich drauf. Ich glaube, der Team von Panzerfan ist schon übergesetzt. Keine Ahnung. Ach, das bist du. Wo ist ein Glorious? Keine Ahnung. Ja, ja, alles klar. Ich habe aufgehört zu folgen. Wisst ihr, wo Glorious ist? Ja, alles klar. Glorious? Ja. Ich glaube, der Trupp, wo Panzerfan drin ist, der ist schon übergesetzt. Wir haben zwei Teams schon drüben. Alle Teams sind drüben. Der ist das letzte noch. Alles klar, wir ziehen nach, wir ziehen nach. Los, vorwärts. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, das ist doch gut. Ich bin da. Ja, okay. Ich bin da. Ich bin da nicht aufgehört. Ja. Ich bin da nicht aufgehört. Ich bin da nicht aufgehört. Kamello, hast du noch eine andere Gruppe von uns gesehen? Vor uns ist noch eine, euch ist schon bescheiden. Ja, okay. Panzerfan, blauer Rauch raus für uns. Oh, ich sehe schon. Ich hole ihn, warte. Vollzieht, vollzieht. Oh Mann, nö, ich muss nicht weiter fortziehen. Hier ist eine scheiß Ecke für mich. Wo ist Glorious? Glorious, guck wie es den anderen geht. Also immer den Stimmen nach. Glorious! Ja, warte. Alle nicht zugebrochen. Oh Mann, scheiße. Der hat auch keine Turnipie. Ich habe noch drei oder vier. Soll ich Yuki, äh, von uns annehmen? Nein, der hätte schon längst welche brauchen müssen. Okay. Glorious, soll ich irgendwas melden? Nee, ich war gerade bei Arno Team selber. Sieht aber gut aus soweit. Okay. Oder weniger. Gut, wenn, dann brauche ich jetzt jemanden, der sich nicht abmacht. Ja, Monty, Monty, packst du es an. Was soll ich machen? Torso. Jawoll. Dann kümmere ich mich um den Torso. Der ist bei mir unverwundet. Hm? Wenn bist du auf mir drauf. Ach, was? Ja, hab ihn gesehen. Nee. Also. Ja, es steht auch kein Name da. Ich habe hier irgendwie einen Bug. Ja, dann verzieh dich. Ja, sorry. Oder bring mir einen zweiten Sunny. Ja, ich hole Camillo. Äh, Glorious, weißt du, wo Camillo ist? Nee, keiner. Fly alle beschäftigt. Ja, äh. Dann kümmere dich um Starius. Der braucht Hilfe, der hat momentan nur mit Schöne-Tuch zusammengefasst. Aua, 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 aua. Wo ist'n der? Der liegt hier irgendwo. Katsch, ich hab sie gleich fertig, Mann. Ich keine Sau. Hau leer. Wenn du den fertig hast, da musst du links und, äh, Richtung West gehen. Äh, da ist doch mal ein Bug, da ist auch ein Verwundeter, der irgendwie nicht aufwacht. Ja, ich arbeite. Ja, ich arbeite. Oh, Camillo ist gerade ein Kahn dran und kommt gleich in Ruhe, wenn ein Kahn fertig ist. Hey, ich brauche keinen Sunny mehr. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Lichotos haben. Der fliegen gibt Deckung. Ja, ja. Hier liegt ein, hier ist ein USMC. Ja, ich mach das danach. Bleib, wie? Hey, was geht? Wenn ihr sagt, bleibt fliegen, gib Deckung heißt, bleibt fliegen und Deckung. Ja, ich hab da oben gehört. Okay, ich brauche gleich einen Medic. Ich bin schwer verwohlen. Mach dich selber hin. Also, mach dich selber hin. Du hast Pernikierster am Bein. Danke. Ich schau mal kurz. Ich mach dich selber hin. Hier, Yuki. Ja. Ich geh mal die Flume, ja. Keine Sorge, Bruder. Du bist da runter. Da oben liegt einer Hier liegen irgendwelche Typen, das sind Piloten, glaube ich Ja, steck dir mal drinnen Das sind USMCs ohne Panzerung Dem wird's gut Da vorne haben wir drei zu Friendlies drin, Friendlies drin Lutze kommt, Lutze kommt Ich brauche einen Medic, ich brauche einen Medic Ich brauche einen Medic Ja Ich geht nicht Ich brauche einen Medic Ja, ich brauche Ich brauche einen Medic Ich brauche einen Medic Ich brauche dich Ich glaube, hier passen nicht alle rein. Der größer hätte aber wirklich nicht reingekommen. Meint ihr es? Oh, ich habe sogar das Maschinenwehr abbekommen. Drei passen noch rein. Ne, alle passen hier auf jeden Fall nicht rein. Die beiden sitzen dann noch frei. Durch den völlig komischen... Ja, und dann schon mal abheben und gleich nächste Welle rausholen. Ich weiß ja nicht, wie das passieren konnte, aber ich kann es schon wieder beim Gehen. Ich weiß ja nicht, wie das passiert. Ich weiß ja nicht, wie das passiert. Kehl! Ja? Kannst du mal den Grün-Ball da mit dem Geh-Up machen? Nein, das machen wir nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe auch gesagt, dass die EU nicht mehr da ist. Okay, ich habe noch ein Mal wieder gelegt. Ah, ich glaube, die All-Z hat wirklich gerade besorgt. Die Knie, die Krieg für dich, was ich? Ich will immer, immer, immer... Die Knie, die Krieg für dich, was ich? 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 Die Krieg für dich! Ich habe einfach einen F armies gemacht. Ich habe einen Welttermann gesagt. Ich habe einen Buch gehalten. Entschuldigung einfach jetzt bitte. W und natürlich, wir werden die eigenen Räder in der Nervenkirchen geben. Der Aircab ist droppend. Der Aircab ist droppend. Absitzen! Absitzen! Monty, du bleibst hier. Ja. Alle runter? Ja. Hat die A-Z beschossen worden? Nein. Irgendwas ist explodiert. Okay. Ja. Ohne Witzner, genau, süßengrund wollte ich den Kopf haben. Ja, und dann könnte man schon mal in Tag 3 bauen. Ja, aber bau bitte in Tag 3, wenn das zu viele werden endlich den Kopf da einladen. Ja. Ich meine das jetzt nicht um großartig alles in deinem Plot zu killen oder so. Sondern halt um, wie du siehst, brauchen sie. Ja. Ja, ich glaube, die schmeißen. Ja. Ich bin mal auf die Nacht. Ist das Ding hier runter, oder? Ja, ja. Das Ding da runter, wo ich es eben auch hatte. So, here I go. Ah, nur in einem anderen Wickel anstiegen. Ah, okay. Charlie ist Piss. Es gibt VC-Gorillas überall. Ja, schließlich eben auch schon gelandet. Hey, David. Lousy, man. Wie'd you end up in Vietnam? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, shit. Was ist das? Was ist das? Ah, shit. Was ist das? Ah, shit. Ah, shit. Was ist das? 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 Oh, ein Mensch. Das war's. Hallo, was du brauchst? Ich höre, es war wirklich schlecht da. Tried das, lost 3 of them. Charlie took all the high ground. Was it an ambush? Was it an ambush? Hehehe, ah shit. Now they're bringing the NBN. Three advisors and a platoon of South East. The base is still far enough. California is better than the Benny School for Boys. Uh, first of all. Hello, what do you need? We must do the trip walk. That was it for us. Of course. I'm pretty sure the commies wouldn't dare pull off anything. Who's the kid? Who's the kid? How's it going, buddy? I heard it was really bad. Up.